Harry sagt guten Morgen, heute am 24. Mai 2019. Es ist genau 8 Uhr, 3 Minuten. Wir haben 23 Grad, keinen Wind, keine Wellen, keine Wolken und im Moment auch noch keine Touristen. Ja, schöner kann es eigentlich nicht sein. Die Wettervorhersage bis 29 Grad heute. Die Tiefstwerte nachts waren 21. Hier bei uns in Maspalomas wenig Wind. Maximal bis 24 Stundenkilometer heute Mittag. Sonnenschein Stunden 11. Und so soll es eigentlich auch am Wochenende sein. Tendenz Temperatur etwas steigend. So, zum Schluss noch der Blick in die Berge. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann auch wieder und sagen, ja, bis morgen. Kann nichts mehr, weil wir hier im Krieg kommen. Dean